Mir ist immer wichtig zu zeigen, dass KI mehr ist als ChatGBT, also auch mehr als generative KI und auch textgenerative KI, weshalb ich gleich in einige Beispiele einführen werde. Zunächst einige KI-Anwendungsbeispiele. Und um das Thema KI möglichst konkret zu machen, möchte ich zunächst auf einige Anwendungsbeispiele in unserem Alltag eingehen. KI ist nämlich schon in unserem Alltag angekommen. Wir verwenden es, vielleicht bewusst, vielleicht auch unbewusst, in sehr vielen Situationen, beispielsweise Navigationssysteme. Wenn wir mit unserem Smartphone den Weg von A nach B finden möchten, in Echtzeit schauen wir auf unser Navigationssystem und KI-basiert können wir tatsächlich dann die Route erkennen. Da sind wir sogar in dem Bereich der KI-Systeme, die für uns recht transparent ist, weil wir die Wege nachvollziehen können. Und das ist eine Anwendung, die wir wahrscheinlich relativ häufig verwenden. Auch im Bereich Smartphone haben wir vielleicht einige Anwendungen, wie den Staubsauger-Rabotter, der uns hilft, unsere Wohnung, unsere Häuser zu säubern. Oder auch im Bereich von Kühlschränken und so weiter, die automatisch gekühlt werden können. Auch im Bereich der Übersetzung und Schreibassistenz kann uns KI sehr gut helfen. Übersetzung, DeepL ist zum Beispiel eine deutsche Software, eine KI-Technologie, die sehr gut funktioniert. Es geht um Übersetzung in verschiedene Sprachen. Sehr viele Sprachen sind da möglich. Und in der Beta-Version auch DeepLWrite beispielsweise, da geht es darum, sich bessere Formulierungen anzeigen zu lassen. KI generiert, es können auch verschiedene Stile eingetragen werden, beispielsweise ein akademischer Stil, eine einfache Sprache. Auch das ist mit Knopfdruck sozusagen sehr leicht möglich. KI im Alltag trifft uns auch im Bereich der Personalisierung und Empfehlungen. Beispielsweise im Bereich von Online-Shopping, also basierend auf dem, was wir online kaufen, werden unsere Präferenzen in einen Algorithmus eingepflegt. Und es werden uns ähnliche Produkte angezeigt, die uns gefallen könnten. Oder auch, wenn wir Musik oder Filme streamen auf entsprechenden Plattformen, gibt es hier eine Personalisierung. Es werden uns also ähnliche Filme oder auch Musikinterpreten angezeigt, die unseren Interessen gefallen könnten. Auch Gesichtserkennung, wenn wir unser Handy beispielsweise entsperren, unser Smartphone, ist KI-Technologie und auch die Sprachassistenz als Beispiele, zum Beispiel Alexa oder Siri anzuführen. Wie sieht es jetzt aus mit KI in der Bildung? Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten der Kategorisierung. Ich habe hier mal einige aufgelistet, die in vielen Studien tatsächlich so als Clusterung angeführt werden. Da geht es zum Beispiel um Profiling und Vorhersagen von KI-Systemen, also beispielsweise Vorhersagen von Erfolgswahrscheinlichkeiten. Um bestimmte Fächer zu bestehen in der Hochschule sind es dann Kurse, die bestanden werden können, basierend auf dem, was geleistet wurde. Es geht um intelligente Tutoren-Systeme, die tatsächlich adaptiv die nächsten Lernortschritte auch empfehlen können, beziehungsweise Lerninhalte. Und auch dieses Thema adaptive Systeme und Personalisierung, da sind wir vor allem im Bereich von Learning Analytics, also der Auswertung von Daten, die generiert werden, wenn Lernende, also Schülerinnen und Schüler online lernen und entsprechend ihre Daten auch in den Systemen haben. Es gibt auch automatische Prüfungssysteme. Diese werden auch immer besser. Im Bereich von Text werden diese auch besser, also auch bei Freitextantworten. Und gibt es da in der letzten Zeit erhebliche Verbesserungen mit Blick auf, ob diese tatsächlich korrekt sind. Generative ist ein, KI ist ein Feld, was jetzt relativ neu ist, sage ich mal, vor allem seit Ende 2022 mit der Veröffentlichung von ChatGBT, sehr medial auch in den Fokus gerückt ist. Und hier gibt es verschiedene Anwendungen, beispielsweise Textgenerative, KI mit dem prominentesten Beispiel ChatGBT, aber beispielsweise auch Bildgenerierende KI, also KI, die Bilder ganz neu zusammensetzt auf Datensätzen, die bestehen. Und da gibt es auch sehr viele Anwendungsfälle, sehr viel Software wie MidJourney oder Stable Diffusion als bekannteste Beispiele. Wenn wir uns nun mit dem Thema KI in der Bildung beschäftigen, geht es immer darum, die Potenziale zu entfalten und vor allem KI sinnvoll und kompetent einzusetzen. Was heißt das denn eigentlich und was sind denn Potenziale und gleichermaßen auch Herausforderungen von KI in der Bildung? Potenziale sind recht vielseitig. Ich hatte bereits das personalisierte Lernen genannt. Also hier können tatsächlich Systeme wie Learning Analytics helfen, die Lernfortschritte oder den Lernstand von Schülerinnen, individuell zu erkennen und adaptiv angepasste, nächste Lernmaterialien zu empfehlen. Ganz individuell angepasst auf dem Kenntnisstand und das, was vielleicht wiederholt werden sollte oder auch, wohin es weitergehen könnte. Es geht auch darum, ein besseres Verständnis und einen besseren Einblick in das Lernen der Lernens zu erhalten. Sie als Lehrkräfte oder Schulleitung könnten also auch einen besseren Überblick bekommen, wie die Lerninhalte verstanden werden, wo noch mehr unterstützt werden müsste. Es geht insgesamt darum, eine positive Auswirkung auf die Lernergebnisse zu erzielen. Es können auch genauere Beurteilungen und Feedbackmöglichkeiten dadurch entstehen und auch mehr Bildungsgerechtigkeit, auch mit Blick auf Zugänge für personalisiertes Lernen oder auch mit Blick auf Inklusion. Da es sehr viele verschiedene KI-Systeme gibt, beispielsweise auch Systeme, die Sprache in Text umwandeln können oder Text in Sprache, um auch sehbeeinträchtigte Schülerinnen besser zu unterstützen mit KI-Assistenzsystemen, die dann Texte vorlesen könnten oder im Fall von hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern, in dem Videos untertitelt werden. Es geht auch darum, einen geringeren Planungs- und Verwaltungsaufwand zu generieren für Lehrkräfte, für Schulleitung, einfach weil KI-unterstützende Systeme in sehr vielen Routineaufgaben unterstützen können. Wichtig ist hierbei natürlich zu sagen, dass die letzte Instanz und die wichtigste Instanz der Mensch ist und KI nur unterstützen soll. Deswegen kommen wir auch auf der anderen Seite zu den Herausforderungen, die natürlich auch dynamisch sind und sich auch gegenseitig bedingen. Eines der größten Herausforderungen ist die ethische Reflexion. Hier ist es wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass KI-Modelle verzerrt sind. Die Datenbasis ist verzerrt. Das heißt, dass wir teilweise gar nicht wissen, was ist denn die Datenbasis für diese Modelle? Gerade bei JetGBT, das von einem amerikanischen Unternehmen veröffentlicht und entwickelt wurde, wissen wir nicht, welche Daten werden dann eigentlich verwendet. Was wir wissen ist, dass es vor allem westlich geprägte Daten sind, in englischer Sprache auch vorwiegend und dass vor allem deshalb einige Länder, einige Ethnien nicht vertreten sind, es deswegen auch zu Verzerrungen kommt in dem Output, also in den Ergebnissen, die auf die Anfragen als Ergebnis dargestellt werden. Mit Blick auf Bildung geht es auch um das Thema Curriculumsentwicklung. Also inwiefern kann Schule auch darauf vorbereiten, brauchen wir eine Curriculumsentwicklung, um KI als Lerninhalt, aber auch als Lernmethode stärker zu integrieren. Das ist ein wichtiges Thema, was wir auch langfristig angehen müssen. Die Infrastruktur ist natürlich in dem Fall eine sehr große Herausforderung. Also die technische Infrastruktur, wir haben ja auch im Bereich der Digitalisierung ganz viele Herausforderungen. Jetzt kommt noch KI dazu, also da auch tatsächlich die technische Infrastruktur zu gewährleisten mit Servern, mit all dem, was dazugehört. Und auf der anderen Seite auch die KI-Kompetenzen. Und zwar der Lehrenden einerseits und auch der Lehrenden andererseits, um KI-Technologien mündig, verantwortungsvoll und auch reflektiert anwenden zu können, um es für das Lernen positiv zu nutzen. Damit einhergehen auch didaktische Implikationen. Wie kann mit KI auch gelernt werden und auch gelehrt werden? Und das ist ein Thema, was wir noch stark auch forschen müssen. Wie sich nun die politische Ebene aus? Es gibt sehr viele Strategien, Pläne und Impulse in dem Bereich Bildung und KI. Ich habe hier einfach mal ausschnittsweise einige Papiere dargestellt, damit sie einen Überblick erhalten. Beispielsweise hat die Europäische Kommission 2022 bereits einen Leitfaden herausgegeben, ethische Leitlinien für Lehrkräfte über die Nutzung von KI und Daten für Lernzwecke. Hier geht es also stark um das Thema auch Recht und Datenschutz. Das Bildungsministerium hat einen Aktionsplan künstlicher Intelligenz herausgegeben, ebenso wie das Land Niedersachsen und auch die anderen Bundesländer. Die versuchen, KI möglichst gemeinwohlorientiert zu entwickeln. Menschenzentrierte KI für Niedersachsen heißt es in dem Fall. Und was besonders schön ist, dass der Bildungsaspekt ja auch mitgedacht wird. Also es ist tatsächlich die Forderung auch der Politik, beziehungsweise ist da auch die Befürwortung, KI-Systeme zu nutzen und auch die KI-Kompetenzen zu entwickeln. Wie genau das passiert, das müssen wir auch noch herausfinden, beziehungsweise haben wir da natürlich auch erst die Ideen. Dann möchte ich noch auf ein Papier hinweisen von der Ständischen Wissenschaftlichen Kommission der SWK, der Kultusministerkonferenz. Die hat nämlich im Frühjahr ein Impulspapier herausgegeben zu Large-Language-Modellen, also JTGVT, Textgenerierende KI und ihren Potenzialen im Bildungssystem. Und da möchte ich in Kürze darauf eingehen, weil das sehr interessant ist, diese bildungswissenschaftliche Perspektive auf das Thema tatsächlich mit forschungsbasierten Befunden und auch zentralen Diskussionspunkten sich einmal anzugucken. Denn hier plädieren die Wissenschaftlerinnen ganz klar dafür, dass ein Verbot von Large-Language-Models weder angemessen noch realistisch sei, da diese bereits in unserer Bildungsrealität oder auch in unserer generellen Lebensrealität angekommen sind. Schülerinnen und Schüler nutzen bereits dieses Thema und auch viele Lehrkräfte. Zudem wird gesagt, dass wegen ihrer hohen lernförderlichen Potenziale und ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung eine produktive Nutzung etabliert werden sollte. Hier geht es also tatsächlich darum, konstruktiv die neuen Technologien zu nutzen und wie das passiert, müssen wir uns überlegen beziehungsweise werden hier auch einige Aspekte dazu genannt. KI kann und sollte Lehr- und Lernprozesse unterstützen. Die finale Entscheidung beziehungsweise Bewertung und die Verantwortung für das Endprodukt muss beim Menschen liegen. Auch hier nochmal ganz klar hervorgehoben, wie wichtig auch der Mensch ist und bleiben wird. Einige zentrale Diskussionspunkte sind, dass eine Übergangsphase gefordert wird zur systematischen Abprobung und eine offene Fehlerkultur. Das heißt, auch hier der Blick auf das Mindset schon mal etwas vorgegriffen. Es geht darum, jetzt einfach mal zu überlegen, wie können wir die Systeme benutzen, was sind tatsächlich Einsatzszenarien, was sind Anwendungsfälle und wie können wir auch mit einer offenen Fehlerkultur diese einfach reflektieren. Das heißt, wir sollten mal ausprobieren, was sind Möglichkeiten und was vielleicht auch nicht. Also auch positiv zu scheitern in dem Fall und zu sagen, wir haben das ausprobiert und wir verwerfen das wieder und konzentrieren uns auf andere Anwendungsfälle. Die Empfehlung ist, dass Sprachmodelle ab der Sekundarstufe eingesetzt werden. Der Grundschulbereich sollte gezielt ausgelassen werden, weil hier die Forderung ist und auch die wissenschaftliche Erkenntnis, dass zunächst erstmal basale Kompetenzen wie Lesen, Rechnen, Schreiben erworben werden sollen und das ohne KI-Unterstützung. Es müssen bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen werden, also hier unter anderem mit Blick auf die Infrastruktur, die geschaffen werden muss und es sollen domäenspezifische Tools entwickelt werden. Textgenerierende Tools wie ChatGBT sind einfach sehr allgemein angelegt und hier ist tatsächlich die Forderung, dass auch bestimmte Domänen wie in der Schule beispielsweise Fächer ganz explizite Tools entwickelt werden, damit diese auch akkurater sind, also auch korrekte Antworten in dem Fall viel besser ausweisen können. Die Überlegung ist auch, inwiefern oder ob sich die Prüfungskultur verändern sollte in Zeiten von KI und es gibt ein Plädoyer dafür, dass Large Language Models in Lernplattformen integriert werden sollen und des Kommens Lösungen entwickeln werden sollen. Das heißt vor allem Lösungen, die möglicherweise in Europa entwickelt werden, um sich weniger abhängig von großen kommerziellen Unternehmen beispielsweise in den USA zu machen, sondern mit unseren europäischen Werten entsprechende Systeme auch zu entwickeln, mit offener Weltgrund, das heißt transparenter Datenlage, sodass wir da auch der KI möglichst gut vertrauen können beziehungsweise zumindest nachvollziehen können ein Stück weit, wie diese Systeme funktionieren. Weiter mit Blick auf Bildungspolitik KI in Schulen. Bisher ist es weiterhin so, dass es in der Hauptverantwortung von Schwulen oder sogar einzelnen Lernkräften liegt, konkrete Tools auszuwählen, den praktischen Einsatz zu implementieren und es ist jetzt keine bildungspolitische Agenda in dem Sinne gibt, dass es viele Vorgaben gebe. Bisher ist es so, es gibt Handlungsempfehlungen, die zeige ich gleich auch noch, aber bisher ist es so, dass die Hauptverantwortung für den KI-Umgang tatsächlich bei Ihnen wahrscheinlich auch als Schulleitung liegt. Es gibt einzelne Handreichen von Bundesländern, diese bieten einen ersten Schritt für mehr Orientierung. Diese sind auch meistens recht niedrigschwellig aufgebaut. Es wird erklärt, was ist KI eigentlich, was sind Potenziale, was sind Herausforderungen und was sind auch mögliche Anwendungsszenarien, um sich dem Thema schrittweise zu nähern. Bisher gibt es keine klaren Do's und Don'ts, welche KI-Tools beispielsweise qualitätsgeprüft sind, und empirisch evident lernwirksam sind oder auch datenschutzkonform. Das heißt, das sind oftmals noch individuelle Anstrengungen, die hier unternommen werden müssen, welche Tools wie eingesetzt werden können. Oftmals liegt der Fokus auf der rechtlichen Dimension. Also wir beschäftigen uns viel mit Datenschutz, Urheberrecht und Ethik. Schulgesetze sind natürlich enorm wichtig, wenn es um den KI-Ansatz geht und auch die Auswirkungen auf die Prüfungskultur ist zu beachten. Und das ist zu sagen, dass erste Bundesländer Lehrkräften auch einen datenschutzkonformen Zugang zu beispielsweise JetGBT gewährden. Sachsen-Anhalt war zum Beispiel recht früh dabei, bereits Ende 2023 hat Sachsen-Anhalt Lehrkräften einen Zugang zu JetGBT über eine datenschutzkonforme Schnittstelle gewährleistet. Die Voraussetzung war, dass sie sich auf den Bildungswerber anmelden und dass sie eine kurze Fortbildung zu dem Thema auch absolvieren. Da ging es vor allem um Nutzungsbedingungen. Also hier schon der Versuch, das Tool auch mit einer Qualifizierung zu verbinden, um tatsächlich KI-Kompetenzen zu stärken. Hier habe ich mal aufgelistet, welche Handreichungen es auch schon in den Bundesländern gibt. Wir sind ja schon recht vielfältig unterwegs. Es sind oft Handreichungen, die tatsächlich Tipps zur ersten Orientierung für Schulen geben. Es sind Empfehlungen, also alles eher weiche Dimensionen, die wir hier abgebildet sehen in den verschiedenen Bundesländern. Die Bundesländer referenzieren auch sich gegenseitig. Das heißt, hier wird vielleicht auch versucht, eine gemeinsame Basis zu schaffen. Bayern ist noch zu nennen. Bayern hat eine Webseite, die auch aktualisiert wird, weil das Thema ja auch so dynamisch ist und das vielleicht auch dem Thema deswegen besonders gut gerecht wird, um da Inhalte auch zu aktualisieren oder einzupflegen. Und Niedersachsen hat natürlich auch im Bildungsportal einen Hinweis auf die textgenerierenden Systeme und verweist hier auf die Handreichung von Nordrhein-Westfalen und Umgang mit textgenerierender KI, um hier auch sich eine gute erste Orientierung bilden zu können. Hier noch eine Empfehlung für einen sehr niedrigschwelligen Leitfaden mit einer praxisnahen Einführung, herausgegeben von der Deutschen Telekom Stiftung. Da gibt es verschiedene Versionen von. Diese finde ich hier besonders eingänglich, die auch erst im Sommer veröffentlicht wurden. Und zwar werden hier verschiedene Systeme, KI-unterstützte Systeme nochmal vorgestellt. Beispielsweise vielleicht für Sie als Schulleitung besonders interessant, bildungs- und unterrichtsorganisierende Systeme, also mit Blick auf Verwaltung auch. Was kann da KI leisten? Was sind da verschiedene Möglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten? Und es werden hier auch immer mal ein paar Produktempfehlungen gegeben, die aber neutral zu sehen sind, sondern einfach als Orientierung, um sich damit individuell eingänglicher zu beschäftigen. Also hier lohnt sich auf jeden Fall der Blick. Es werden hier sehr viele verschiedene Modelle dargestellt, auch Learning Analytics, was ich schon angesprochen habe, oder auch Text-zu-Sprache-Generation und umgekehrt. Und wie da der Einsatz das Potenzial entfalten kann. Jetzt möchte ich noch den Blick kurz auf Studien richten. Also wir haben vielleicht schon auch im Bauchgefühl oder Denken, oder Sie erfahren das selber als Schulleitung in den Schulen, dass Schülerinnen und Schüler bereits KI-Systeme nutzen. Uns ist natürlich auch wichtig, da die empirische Datenlage auch mit in den Blick zu nehmen und hier die Perspektive der Schülerinnen zum Thema KI im Unterricht. Und hier wurde eine Studie durchgeführt mit 1600 deutschsprachigen Jugendlichen und unter anderem gefragt, Nutzung von KI-Systemen im schulischen Kontext. Wie häufig nutzt du KI beim Lernen oder in der Schule? Und das fand ich hier schon ganz interessant, dass 8% sagen täglich oder mehrmals täglich sogar und hier ein Drittel mehrmals pro Woche oder mehrmals pro Monat. Also hier sehen wir schon, dass die Systeme recht häufig genutzt werden. Es ist jetzt in dem Fall nicht spezifiziert, welche. Aber das ist ja doch sehr interessant mit Blick darauf, dass die Systeme auch mit einem Account verbunden sind. Also hier müssen sich ja Schülerinnen in der Regel auch anmelden, registrieren für bestimmte Plattformen, wenn die Schule nicht sowas zur Verfügung stellt. Interessant fand ich auch die Frage, empfindest du den Einsatz von KI in der Schule eher als Chance oder eher als Gefahr? Und hier wird auch gesagt, um 4% sagen eindeutig als Gefahr, dann eher als Gefahr. Aber hier der Großteil über die Hälfte sagt eher als Chance oder eindeutig als Chance sogar. Das finde ich ja auch ganz interessant, welche Einstellungen damit verbunden sind, da ja auch viele verschiedene Einstellungen zu KI vorherrschen, auch mit Blick auf Dystopie, Utopie. Und da finde ich auch so ein Meinungsbild mal ganz spannend. Hier möchte ich noch auf eine andere Studie hinweisen, die auch ein ähnliches Bild zeigt. Und zwar geht es hier um, auch nochmal die Nutzung zu erfahren. Hier wurde explizit nach textgenerativer KI gefragt. Und hier sagen auch 68% der Befragten, also Schülerinnen waren es circa 250, dass sie schon mal davon gehört haben und auch schon benutzt haben. Also diese Systeme sind auch schon sehr verbreitet. Es ist eine sehr hohe Kenntnis von den Systemen. Hier eher alarmierend. Kenntnisse von möglichen Limitationen generativer KI. Da sagen 50% der Schülerinnen, sie wissen, dass es Limitationen gibt von generativer KI mit Blick auf diese ethischen Perspektiven oder auch Datenverzerrung. Aber zeitgleich sagt ja auch die Hälfte, dass sie das nicht wissen, dass Ergebnisse manchmal faktisch falsch sein könnten. Oder auch unvollständig, unausgewogen, widersprüchlich. Also hier müssen wir auf jeden Fall aufklären. Hier gab es auch noch eine ähnliche Frage, Herausforderungen für das Bildungssystem durch generative KI. Der Einsatz generative KI stellt das Bildungssystem vor große Herausforderungen. Und hier finde ich ja auch die Schülerinnenperspektive sehr spannend. Und da sagt auch ca. die Hälfte, ja, es trifft zu, es ist schon eine große Herausforderung, weil natürlich auch sich die Schülerinnen einfach diesen neuen Technologien gegenübersehen und hier auch vielleicht noch Orientierung brauchen, auch von den Lehrkräften, von den Schulleitungen, von der Schule, was darf verwendet werden, in welchem Umfang. Und ja, wie kann geholfen werden, KI auch sinnvoll tatsächlich lernwirksam für das Lehren und Lernen zu verwenden. Hier möchte ich noch kurz auf eine letzte Studie verweisen. Und es geht hier schon Richtung Einstellung und Mindset im Umgang mit bzw. zu digital gestützten Unterricht. Eine Befragung auch aus diesem Jahr mit 1.600 Lehrkräften. Also hier die Perspektive der Lehrkräfte. Und hier ging es darum, wie sind Lehrkräfte zu digital gestützten Unterricht eingestellt? Und das ist ja auch wichtig zu wissen, was ist denn tatsächlich das Mindset, die Einstellung? Und hier sagen über zwei Drittel der Lehrkräfte, dass sie einen Mehrwert für ihren Unterricht sehen und positiv gegenüber digitalen Medien, jetzt nicht explizit KI, aber digitalen Medien eingestellt sind. Also hier gibt es schon mal eine positive Grundbasis zumindest. Und hier noch ganz interessant, wie kompetent fühlen sich Lehrkräfte in der Nutzung von digitalen Medien? Da sagt ein Großteil, sie fühlen sich selbst, also als Selbstanschätzung kompetent im Umgang mit digitalen Medien. Viele sagen aber auch 50 Prozent, sie fühlen sich nicht gut vorbereitet. Und das ist ja auch für uns der Hinweis darauf, dass wir auf jeden Fall mehr Qualifizierungsmöglichkeiten anbieten müssen. Da gibt es noch einiges zu tun. Und das ist die Perspektive der Lehrkräfte. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir Richtung Perspektive der Schulleitung gehen und auch näher erfahren, was das digitale Mindset denn ist. Und hiermit übergebe ich an meinen Kollegen Markus Pietsch. Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie hören mich alle. Ich freue mich, dass so viele Menschen da sind, trotz der Uhrzeit, mitten in der Woche. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und wir knüpfen so ein bisschen an an das, was wir letztes Jahr auf der Schulleitungstagung in Hildesheim gemacht haben, nämlich das digitale Mindset, die Frage von KI in Schule. Okay, gut. Wir knüpfen so ein bisschen an an das, was wir letztes Jahr gemacht hatten, als wir uns in Hildesheim getroffen haben. Und da waren viele wahrscheinlich auch dabei. Und wir wollten rausfinden, wie ist es eigentlich an Schulen in Niedersachsen mit Blick auf den digitalen Wandel und insbesondere KI. Und wir starten an diesem Punkt. Wir wissen eigentlich aus der Forschung, dass wenn man Digitalisierung einführen möchte, Sachen verändern möchte mit Blick auf digitale Transformation an Schulen oder überhaupt an Organisationen, das Ganze startet mit der Änderung des Mindsets. Da sehen Sie, dass Mindsets verschiedene Ebenen haben. Auf der einen Seite das der Angestellten, dann auf der Führungsebene, das sind die Schulleitungen zum Beispiel und auch der Organisation insgesamt. Das heißt, als Schule kann man auch ein Mindset haben. Sie sehen auch, was das eigentlich heißt, wohin man sich ändern müsste, wenn man halt Digitalisierung einführen möchte an Organisationen. Das heißt, ein Kulturwandel mit Blick auf Agilität. Das heißt, schnell reagieren, agieren, im besten Fall proaktiv sein, darüber nachdenken, was kann auf uns zukommen und wie können wir uns dafür gut aufstellen. Risikotolerant, das heißt, Umgang zum Beispiel mit Fehlern, auch mal was ausprobieren, experimentieren und sagen, hat nicht gut geklappt, machen wir anders. Und ganz wichtig, Zusammenarbeit. Das wissen wir auch, dass insbesondere so Austauschgruppen, Fokusgruppen, Gruppen, in denen man auch an Schulen gemeinsam kooperiert, dazu führen kann, dass nachhaltig Digitalisierung umgesetzt wird. Das war so ein bisschen der Startpunkt für das Thema digitales Mindset. Das Spannende ist, obwohl es dazu seit ganz langer Zeit Diskussionen gibt zum Thema digitales Mindset, gibt es kaum etwa Studien, die das wirklich mal untersucht haben. Also es gibt nur ganz wenige Studien auch außerhalb der Schulbereich, die jemals untersucht haben, was dieses digitale Mindset eigentlich ausmacht. Deshalb erzähle ich so ein bisschen, was das eigentlich heißt. Das Mindset selber ist eigentlich sowas wie ein generelles Denkmuster, Einstellung und Haltung. Sie können verschiedene Mindsets haben. Das heißt, Sie können Mindset haben zum Thema Führung, ein Mindset zum Thema globale Krisen, ein Mindset zum Thema Digitalisierung und so weiter. Personen, Organisationen für ein Mindset haben, auch Teams. Und das Wichtige daran ist, dass Mindsets, also wie Sie über Sachen nachdenken, wie Sie sich dazu verhalten, letzten Endes in den Handlungen münden, die wiederum Effekte nach sich ziehen. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Hier zum Beispiel, Herr Müller hat einen Konflikt mit seinem Chef. Seine Logik sagt ihm, dass es ihm nicht zusteht, aufzumucken. Deshalb unterdrückt er Wut und Ärger und schluckt drunter. Das heißt, er macht halt nichts und macht einfach weiter. Was er denkt und fühlt, bestimmt sein Handeln oder nicht Handeln und am Ende auch das, was dabei rauskommt. Es gibt verschiedene Ebenen von Mindsets. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Es gibt sogenannte Fixed Mindsets und Growth Mindsets. Fixed Mindsets sind häufig Mindsets, bei denen man sagt, so ist es eben. Und Growth Mindsets sind eher Sachen, die dazu führen, ich kann mich verändern, ich bin in der Lage, etwas zu ändern. Und das macht ganz viel aus mit Blick auf die eigene Veränderung. Wir kennen das zum Beispiel auch bei Schülerinnen und Schülern. Schüler, die daran glauben, dass sie sich ändern können, dass sie besser Mathe werden können, erzielen auch unabhängig von der Vorleistung bessere Mathematikkompetenzen und zum Beispiel und so weiter und so fort. Und das Ganze trifft natürlich auch auf Organisationen zum Beispiel zu. Wenn Sie zum Beispiel Hindernisse sehen auf den Blick bei Veränderungen und Sie als Organisation ein Fixed Mindset haben, sagen so, ich kann da eh nicht dran, viel dran ändern, das ist eben so, dann konzentriert man sich eher darauf, was man so hat und bleibt bei dem Alt bewerten. Das heißt, man ist nicht so bereit, so viel zu ändern. Wenn man aber auf der anderen Seite so ein Growth Mindset hat als Organisation, heißt das eher, dass man bereit ist, auch Hindernisse zu akzeptieren, zu sagen, okay, wie können wir dieses Hindernisse angehen, wie können wir es überwinden, was kann wieder auf uns zukommen. Das Ganze macht auch ganz viel mit Blick zum Beispiel auf Kritik und Erfolg anderer und gerade dieser Erfolg anderer ist ein ganz wichtiger Treiber, weil wir auch wissen, dass Mindsets sich verändern können durch Lernen. Das heißt, wenn man sich anguckt, was machen andere zum Beispiel gut und was haben die für ein Mindset, was machen die, kann man an diesem Beispiel lernen. Wenn Sie aber zum Beispiel als Organisation ein Mindset haben im Sinne von, so ist das eben, da kann ich nicht viel machen, sucht man eher nach Schuldigen. Ja, der Grund dafür, dass Sie uns nicht verändern können, sind mangelnde Ressourcen, was auch immer der Fall sein könnte. Auf der anderen Seite, wenn Sie Schulen haben, die zum Beispiel ähnlich sind wie Ihre Schule und sagen, oh, da ist irgendwie gelungen, woran hat das eigentlich gelegen? Dann könnte man gucken, woran das gelegen hat und eventuell gucken, passt das bei mir auch? Wie kann ich es adaptieren? Was muss ich anders machen, damit das für mich wieder in Frage kommt? Das hat ganz viele Folgen. Wenn Sie zum Beispiel dieses statische, dieses Fixed Mindset haben an einer Schule oder auch als Person und zum Beispiel Schul- und Unterricht als nicht groß veränderbar annehmen, dann führt das dazu, dass Sie Schulentwicklung auch eher vermeiden. Das führt dazu, dass man Hindernissen eher was im Weg geht oder eher aufgibt. Man sagt, das kann ich eh nicht ändern an der Stelle. Kritik wird eher als Problem erfasst und Erfolg von anderen Schulen ist dann zum Beispiel eher bedrohlich. Warum haben die das geschafft? Und das ist dann sehr schwer, damit umzugehen. Wenn man so ein dynamisches Mindset entwickelt hat, heißt das eher, oh, Schulentwicklung bietet Chance, wir können uns woanders hin entwickeln, wir können Neues generieren, Sachen besser und anders machen für uns alle. Kritik ist dann eher sowas wie Hinweis, was kann ich eigentlich anders machen? Ich muss das jetzt nicht annehmen, aber es wäre eine Idee, das mal anders zu machen und der Erfolg von anderen Schulen zum Beispiel kann dann inspirierend sein. Was hat das jetzt mit Ihnen als Schulleitung zu tun? Schulleitung, das wissen wir halt überhaupt grundsätzlich, Führungskräfte in Organisationen sind ein ganz wichtiger Treiber für die Veränderung organisationaler und von Team-Mindsets. Ich habe Ihnen links einmal so eine Adoptionsmatrix mitgebracht. Das ist so eine Matrix, die letzten Endes darstellt, was heißt eigentlich digitaler Wandel für Personen in Organisationen mit Blick auf die Einschätzung der eigenen Fähigkeit. Also wenn Sie zum Beispiel so ein Fixed Mindset haben, haben Sie eher so ein Low Confidence in Ihre Ability to Learn. Sie haben weniger Vertrauen darin, dass Sie etwas lernen können. Wenn Sie so ein Growth Mindset haben, glauben Sie eher daran, ich kann mich verändern, ich kann lernen. Und links auf der Achse sehen Sie auch die Frage, ist diese Transformation überhaupt wichtig? Betrifft die mich überhaupt? Ist sie sinnvoll? Und diese beiden Sachen interagieren letzten Endes. Wenn ich zum Beispiel als Person glaube, dass das Ganze wichtig ist, aber ich glaube, ich kann mich nicht ändern, dann sehen Sie links oben dieses Frustrated. Mein Unternehmen, meine Organisation und ich, wir würden schon davon profitieren, wenn ich das lernen würde, aber ich glaube, das kann ich nicht. Kennen Sie wahrscheinlich aus der Praxis immer. Sie haben immer Personen, die sagen so, wäre toll, aber eigentlich will ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht und so weiter und so fort. Sie haben aber auch andere Personen, die sagen, eigentlich ist das auch nicht wichtig, ich kann das auch nicht lernen, aber ist auch egal. Das ist dieses Oppressed links unten. Und rechts oben ist eigentlich das, was sie uns alle wünschen, dieses Inspire, zu sagen, ja, diese Transformation, die ist total wichtig und ich glaube auch daran, dass ich das lernen kann. Selbst wenn ich noch nie irgendwas damit zu tun hatte, bin ich in der Lage, es zu lernen. Und daraus entsteht Veränderung. Und was ist Ihre Rolle dabei? Wir wissen halt, dass Mindsets auch sich bei anderen Personen und Organisationen vor allem durch Role Modeling ändern. Das heißt, wenn man als positives Beispiel vorausgeht, das sehen Sie hier links oben, I see my leaders behave differently, dann verändern sich auch häufig die Verhaltensweisen, die Mindsets von den Menschen, die geführt werden, also in ihren Schulen dann halt der Person. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel KI einsetzen oder überhaupt Digitalisierungstools und sagen, ich mache das auch, wenn Sie unterrichten, zum Beispiel mal im Unterricht, wir benutzen das, um zum Beispiel bestimmte Sachen zu machen, aber ich mache auch mal Fehler und es ist auch nicht schlimm, also darfst du auch Fehler machen, ist auch nicht schlimm. Dann auf der anderen Seite Fostering, ich muss diese noch verschieben, Understanding Conviction, das heißt, ich weiß auch, was ich ändern muss. Also das Problem, was Dana ja eben auch sagte, ist, dass KI sehr befuß ist. Man weiß häufig gar nicht genau, was soll ich wie machen. Also da helfen zum Beispiel auch Richtlinien. Ich weiß, woran ich mich halten soll, damit ich folgende Sachen ändern kann. Ganz wichtiger Punkt, dass man Talente und Skills entwickelt, also sich weiterentwickelt mit Blick auf seine Fähigkeiten, was das Ganze angeht, mit Blick auf Digitalisierung und dass es formale Mechanismen gibt. Das heißt, es muss Vorgaben, Ideen geben, Strukturen, Prozesse, die dazu beitragen, dass ich mein Mindset ändern kann und natürlich auch mein Verhalten. Das heißt, es muss Arbeitsgruppen geben, es muss Fortbildungen geben, es muss Gespräche geben, wo man die Person zum Beispiel auch mitnimmt und über Probleme redet, über Ideen und so weiter und so fort. Und wir sind letztes Jahr in Hildesheim, gemeinsam mit dem NLQ, einige waren wahrscheinlich da, die Minister waren damals ja auch da, für die, die sich erinnern, wollten wir gerne rausfinden, wie ist denn das ein Niedersatz? Was machen denn Schulen oder Schulleitungen eigentlich ganz konkret oder wie anders an Schulen, die, das war Herbst letzten Jahres oder eher August, also Sommer noch, anders als Schulen, die noch nicht so weit sind beim Thema KI. Das ist ganz spannend, weil ich sagte damals auch schon, ich bin ja auch Leiter des Schulleitungsmonitors Deutschland und wir haben Ende 2022, also als ChatGPT gerade aufkam, im Schulleitungsmonitor deutschlandweit gefragt mit Forsa, was sind die großen Themen für die Schule der Zukunft? Und nicht eine Schulleitung, ganz Deutschland sagte KI. Das große Thema war Lehrkräftemangel. Es ist immer noch ein sehr großes Thema, aber KI ist mittlerweile auch ein großes Thema, aber es war Ende 2022, interessanterweise noch nicht da. Und wir wollten wissen, was hat sich geändert? Wir haben 179 Menschen befragt, alle haben ganz tapfer mitgemacht und ich zeige Ihnen jetzt einmal, was dabei rausgekommen ist. Es geht also Niedersachsen, also um Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Die Frage ist, hat das digitale Mindset von Schulleitungen einen Einfluss auf die schulweite Implementation von KI vermittelt über die Führung der Schulleitung? Ich hatte Ihnen damals dieses Modell vorgestellt. Es gibt eine ganz interessante Studie, die ist noch gar nicht so alt, 2022 durchgeführt. Da wurde mit einer ganz großen Menge von Personen dieses Modell definiert. Was braucht eigentlich ein prototypischer Digital Leader, jemand, also der den digitalen Wandel vorantreibt in einer Organisation für Attribute? Und rauskam nach dem Fall von mehreren hundert Personen, diese Person muss a, empathisch sein, das heißt, sie muss kommunikativ sein, andere motivieren können, sie muss Perspektiven übernehmen können, sie muss innovativ sein, im besten Fall vor allem risikobereit, technologieorientiert, sie muss offen sein für Veränderungen, das heißt, neugierig sagen, ich möchte auch Neues erreichen und agil, das heißt, schnell und idealerweise proaktiv, also sagen, ich finde, ich möchte irgendwas verändern und ich weiß auch schon, was ich machen werde, bevor es überhaupt aufpoppt. Das ist unser Modell. Wir haben uns angeguckt, hat das digitale Mindset von Schulleitungen in Niedersachsen, die teilgenommen haben, einen Effekt auf die Führung, da haben wir uns angeguckt, transformationale Führung, also da geht es um die Veränderung von Menschen, wie gehe ich mit Menschen als letzten Endes um, fördere ich die Person an meiner Schule mit Blick auf Digitalisierung und überhaupt auf deren Kompetenzen, auf deren Bedürfnisse und digitalinstruktionale Führung. Da geht es darum, versuche ich tatsächlich, sowas zu ändern wie den Unterricht. Neues Modell ist das erste Mal in ICI-LS mitgelaufen, haben wir befragt und dann haben wir uns angeguckt, inwieweit führt das eigentlich zur Integration von KI in Schule mit Blick auf A, der Führungsebene, der Schule insgesamt und dem Unterricht, also sehr umfassend. Wir haben folgendes, Skala benutzt, Empathie, haben wir zum Beispiel gefragt, bevor ich jemanden kritisiere, versuche ich mir vorzustellen, wie ich mich an seiner und ihrer Stelle fühlen würde. Also das ist eine Frage von Perspektivenübernahmen. Ich kann mich niemanden an meinen Reihenversetzen. Ganz wichtig, weil sie natürlich andere Personen mitnehmen müssen. Sie müssen Ängsten begegnen. Was macht das eigentlich mit mir als Lehrperson, wenn ich in der Schule KI habe? Was macht das eigentlich, wenn man eine Schülerin oder Schüler KI nutzt? Also das heißt, da muss man ganz viel mit Ängsten agieren. Innovativität ist vor allem Technologieorientierung. Ich ermutige alle Personen an meiner Schule, wissenschaftlich fundierte technologische Innovationen einzusetzen. Das heißt, sie haben diese Idee, wir wollen innovativ sein mit Blick auf Technologie. Offenheit, ich selbst halte mich für jemanden, der die offen für Veränderungen ist und setze mich gerne mit auseinander. Also ich bin, ich habe Lust auf Veränderungen. Ich möchte nicht, dass es so bleibt, wie es ist, sondern ich möchte Sachen neu machen, neu denken. Agilität, ich bin kontinuierlich auf der Suche nach neuen Möglichkeiten für meine Schule. Das heißt, ich suche proaktiv nach Veränderungsmöglichkeiten. Was kann ich besser anders machen? Transformationelle Führung, wie gesagt, geht vor allem darum, um die Person in den Schulen. Ich spreche also mit Lehrpersonen über ihre wichtigsten Überzeugungen und Werte. Warum ist dir was wichtig? Warum zum Beispiel was anderes als Person B? Und digitalinstructionale Führung, ich stelle Lehrpersonen, die Schwierigkeiten mit dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht haben, Hilfestellen zur Verfügung. Und dann haben wir gefragt, inwieweit sich das auswirkt, auch zum Beispiel auf dem Unterricht, Schulebene und die Führung. Jetzt habe ich Ihnen eine Korrelationsmatrix mitgebracht. Auf der linken Seite sehen Sie Mittelwerte. Ich erzähle Ihnen dazu ein bisschen, damit Sie es nicht interpretieren müssen. Grün heißt besonders stark ausgeprägt in der Stichprobe, Rot heißt besonders niedrig. Was wir sehen ist, dass die meisten Schulen im August 2022 noch nicht so wahnsinnig weit waren, was das Thema KI angeht. Das ist auch nicht verwunderlich, hat viele dann doch irgendwie ein bisschen überrascht. Sie sehen, wäre von Punkt 201 auf einer Skala von 1 bis 4. Die meisten haben gesagt, so haben wir noch gar nicht eingeführt oder so rudimentär. Bei dem Mindset sehen Sie oben besonders hoch ausgeprägt, bei den Personen, die teilgenommen haben, die Offenheit OF 6.03. Das heißt, die meisten Personen, die Führungskräfte sind an Schulen, halten sich auch für offen. Das ist ganz interessant, weil wir aus der Führungsforschung wissen, dass das ein essentielles Charakteristikum von Führungspersonen sein muss und ist, dass sie offen für Veränderungen sind. Das sehen wir hier halt auch. Interessanterweise schätzen sich viele Personen nicht als besonders empathisch ein. Das ist der niedrigste Wert. Viele sagen so, ja, ich bin schon ein bisschen empathisch, aber so empathisch ist das auch wieder nicht. Und wenn man sich anguckt, wie hängt das Ganze miteinander zusammen, sehen wir, Personen, die sich für besonders empathisch halten, sind in der Regel weniger agil. Das heißt, das ist das Minus 1.15. Also wenn ich empathischer bin, bin ich weniger flexibel, weniger proaktiv. Wenn ich empathisch bin, bin ich auch in der Regel weniger innovativ. Wenn ich aber zum Beispiel, und so weiter und so fort. Die grünen Sachen, das ist die Agilität. Agilität hängt ganz stark zusammen mit der Innovationsbereitschaft und mit der digital transformationalen Führung. Das sieht man dann auch. Und Empathie wiederum hängt ganz stark zusammen mit der transformationalen Führung. Also wenn ich mich in andere hineinversetzen kann, dann gehe ich auch eher auf deren Bedürfnisse ein und fördere die als Person mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen. Wenn ich eher agil bin, bin ich eine Person, die vor allem darauf achtet, dass wir auch im Unterricht neue Methoden einsetzen. Die Frage ist nun, macht das einen Unterschied? Ist beides wichtig? Ist nur eins davon wichtig, damit wir KI an Schulen flächendeckend oder großflächig umsetzen können? Was wir gesehen haben, ich zeige Ihnen jetzt nicht alle statistischen Punde, weil es ist immer ein bisschen schwierig, ist, dass das digitale Mindset 67 Prozent der Unterschiede zwischen Schule und unserer Stichprobe in der transformationalen Führung erklärt. Und 43 Prozent der Unterschiede in der digitalen, das ist natürlich sehr viel. Wir sehen also, dass dieses Mindset sehr viel darüber ausmacht, wie sie sich quasi in der Alltagspraxis verhalten. Was ganz spannend ist, dass wir sehen, dass Mindset und Führung zusammen ungefähr ein Viertel der Unterschiede in der KI-Implementation an Schulen erklären. Davon wiederum ein Drittel der Varianz auf das Mindset zurückzuführen ist. Das heißt, das ist ganz stark, dass das Mindset durchwegt auf die Führung und die Führung wiederum darauf, ob an ihrer Schule KI eingesetzt wird oder nicht. Was sind die besonders wichtigen Mindset-Komponenten? Da sehen wir besonders starken Effekte bei dem Thema Agilität. Also bin ich proaktiv? Kann ich Sachen ändern? Habe ich die Idee, zu agieren? Und bin ich empathisch? Kann ich Leute mitnehmen? Habe ich die Idee, dass ich auf andere eingehe und sie in ihren Bedürfnissen wahrnehme, um zu Veränderungen zu führen? Ganz wichtig, was wir sehen, ist, Agilität beeinflusst beide Führungspraktiken, also sowohl digitale Führung als auch transformationale Führung und Empathie, nur transformationale Führung. Was aber ganz spannend ist, dass wir es halt auch in unseren Daten sehen, ist, dass beide Führungsstile relevant sind und sich gegenseitig verstärken. Es ist also nicht das eine oder das andere. Das heißt, wir sehen in unseren Daten, es ist nicht nur die transformationale Führung oder nur die digitale Führung, die wichtig ist, Ich habe Ihnen hier was mitgebracht, das ist eine Grafik, die Folgendes zeigt. An Schulen, links sehen Sie auf der Achse AI-Integration, das ist sowas wie die Integration von KI, also flächendeckende Implementation von KI an der Schule und je höher diese ausgeprägt ist, umso eher gibt es auf der einen Seite transformationale Führung, das ist die Achse von links nach rechts, das sehen Sie unten. Aber dieser Effekt ist eigentlich sehr gering, das heißt, diese Steigung dieser Achse ist nicht besonders hoch. Wenn das aber zusammen agiert, zum Beispiel mit einer ausgeprägten digitalen Führung, das ist der oberste Strich, der oberste Balken, dann haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit an der Schule, dass es gelingt, flächendeckend KI zu implementieren. Das heißt, beide Sachen sind nicht unabhängig voneinander zu denken. Das macht das Ganze natürlich sehr komplex, weil Sie verschiedene Führungsstile integrativ nutzen müssen und das Ganze wiederum davon abhängt, wie Sie über diese Sache überhaupt denken. Also von Ihrem Mindset, das hat einen Einfluss auf das Verhalten und das Verhalten darauf, was an Ihrer Schule letzten Endes passiert. Was heißt das eigentlich für uns, wenn wir jetzt hier miteinander reden und über das Thema KI an Schulen, was können wir eigentlich tun, wie geht es eigentlich weiter? Auf der einen Seite heißt das natürlich, wir sehen total viele Herausforderungen. Sie haben ja eben gesehen, Dana, Mahdi auch gesagt, vieles ist doch gar nicht geklärt. Da fehlen uns politische Rahmensetzungen, administrative Rahmensetzungen. Man muss probieren, man weiß gar nicht, unter welchen ethischen Gesichtspunkten, welchen juristischen Gesichtspunkten man eventuell agiert. Das ist ein ganz großes Problem. Mindset sehen wir und das sehen wir mittlerweile in vielen anderen Studien, wir haben noch mehrere Studien durchgeführt infolge dieser Studie, tatsächlich einen großen Einfluss darauf, ob KI implementiert wird oder grundsätzlich Digitalisierung stattfindet. Wir sehen halt, auch das Mindset von Schulleiter, von Lehrkräften spielt eine Rolle und so weiter und so fort. Das wissen wir auch. Was wir brauchen, ist ganz stark dieses Thema KI-Kompetenz. Es gibt noch gar nicht so häufig die Möglichkeit, diese so richtig zu erwerben, weil häufig noch gar nicht ganz genau geklärt ist, was das eigentlich heißt, KI-Kompetenz. Es ist ein sehr dynamisches Feld, was sich immer weiterentwickelt. Wichtig ist, glaube ich, auf jeden Fall zu wissen, dass man in der Lage ist, kritisch zu reflektieren und die richtigen Ansprechpersonen an der Stelle hat. Ganz wichtig ist auch, wenn es um KI geht, was Sie gesehen haben, wirklich in allen Untersuchungen bisher ist eine offene Fehlerkultur, also dass man auch bereit ist, Sachen auszuprobieren, um zu gucken, funktioniert das oder nicht. Die große Herausforderung an Schulen ist dann natürlich auch immer zu gucken, es darf den Schülerinnen und Schülern ja nicht schaden. Das heißt, diese Abwägungsprozesse, in welchem Maße darf ich eigentlich Fehler machen, ohne dass ich jetzt negative Effekte für das Lernen meiner Schülerinnen und Schüler oder auch meiner Lehrperson als Schüler und dann halt hat, ist eine ganz große. Das heißt natürlich, man muss trotzdem dafür sorgen, dass gemeinsam experimentiert wird, innoviert wird, reflektiert wird und tatsächlich auch Agilität gelebt wird. Das heißt, immer besser machen in Zyklen. Rahmenbedingungen, Voraussetzungen. Uns fehlen ganz starke Datenschutzrechtlinien. Uns fehlen häufig Curricula, Zugänge, Kompetenzen, Unterstützungsmaßnahmen. Die kennen das zum Beispiel das Unternehmen. Da gibt es dann immer irgendwelche Administratoren, die verantwortlich sind. Da gibt es dann dann Officers, die zuständig sind in der Organisation für Technik und so weiter. Das fehlt an Schulen ganz stark und auch diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen. Was wir auch fast gar nicht wissen, und das muss man auch ganz stark sagen, dass uns ganz stark das Wissen darüber fehlt, über Evidenz, Nutzen, Akzeptanz, Rehabilität von KI, auch mit Blick auf die Gefahren. Da wissen wir relativ wenig, aus dem deutschsprachigen Raum eigentlich fast gar nichts. Auch international sehr wenig. Und die Frage ist ja immer, wenn man sich aus dem internationalen Raum irgendwas anguckt, ist das überhaupt auf uns hier übertragbar? Sie kennen ja auch die Probleme in Deutschland mit Blick auf Zugang überhaupt zu Internet, WLAN und keine Ahnung was und überhaupt auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Also eine ganze Menge offener Fragen, ein paar erste Befunde und wir freuen uns auf Ihre Fragen und auf die gemeinsame Diskussion. Vielen Dank.